Das American Shetland Pony oder amerikanische Shetland Pony ist eine amerikanische Pony-Züchtung, die auf das Shetland Pony zurückgeht und sich heute in die Gruppen Classic American Shetland und Modern American Shetland unterteilt. Hintergrundinformationen zur Pferdebewertung und Zucht finden sich unter Exterieur, Interieur und Pferdezucht. Exterieur Das amerikanische Shetland Pony ist ein leichtes Pony mit einem kurzen Rücken und einem hohen Schweifansatz. Es hat kleine kurze Ohren und ein kleines Maul. Sein Typus entspricht dem eines edlen Reitpferdes. In den USA wird ein Stockmaß von bis zu 109,2 cm zugelassen, in Kanada eine Höhe von bis zu 111,8 cm. Außer Tigerschecken sind alle Farben anerkannt. Interieur Amerikanische Shetland Ponys sind in der Regel gelehrig, anpassungsfähig und umgänglich. Sie werden vor allem als Kinderreitponys aber auch zum Fahren eingesetzt. Zuchtgeschichte Die Basis für das amerikanische Shetland Pony legten Shetland Ponys des originalen Inseltyps. Die gegen Ende des 19. Jahrhunderts erstmals in die USA importiert wurden, wurde der American Shetland Pony Club gegründet. Ausschließlich durch Selektion wurde durch nordamerikanische Züchter zunächst ein eigenständiges American Shetland Pony geschaffen. Einkreuzungen von Hackney Ponys fanden erst ab Mitte der 60er Jahre statt. Hierdurch entstand ein weiterer Typ des amerikanischen Shetland Ponys, so dass heute zwischen dem Classic American Shetland und dem modernen American Shetland unterschieden wird. Sie sind größer als die ursprünglichen Shetland Ponys. Untertitelung des